Ja, grüßchen! Heute sind wir wieder mit der Landjugend, Stadtkräftiger unterwegs, Zeit nehmen und auch bei dem Wetter eigentlich angefrieren. Aber leider nicht immer mit Profis. Was hat er nicht schon wieder? Wie hat gerade ein Spar gesehen? Wie warst du, wie vorhin? Was kannst du eigentlich? Das kriegst du ja wie eine Leerbueh. Wenn ich da reinhau, fahre ich mir da nicht raus. Nicht so, das sollst du auch schon wieder gehundert haben, was hast du nicht gehört? Erst du musst noch mal wieder. Aussteifen, das wagelt ja alles. Das ist eine Schaukel, das soll wageln. Ja, das ist auch alles. Das wagelt ja alles, wie der Bärbranz dieser das hier gesagt. Ja, das kannst du nicht machen. Einmal mit Profis hacken, nicht. Einmal. Was willst du jetzt da? Du hast keine Gefühle. Du hast keine Gefühle. In einem Haus von Landjugendbau. Ihr Partner bei Sprengelhütten und Veranstaltungszentren. Neuerdings auch Einfamilienhäuser. So, Sander, wir schauen mal aus mit den Brandflecken. Du weid einmal, die Leute warten ja schon alle. Bringen überhaupt nichts weiter. Hunger! Hunger! Brandfleckenbüste, ich hatte Hunger! Schau, wie du ausschaust. Die ganze Hütte schaut aus mit Müll. Kommen wir hin und tragen mal eine Auszeit. Ja, wird eh am gescheitern sein. Weil so langsam wie du bist, dann bringen wir lieber was weiter. Weißt du was, magst du einfach selber. Leonhofener Brandflecken. Mit Liebe zubereitet. Du weigst. Du weigst. Du weigst. Geist. Wenn du sie weg bist werden. Du weigst. Landjugend. Es gibt immer was zu tun.